So, Hallihallo, wieder mal eine Runde Borderlands, nächste Session, nächstes Glück, mit Hotcore Saxony, der mir aus dem Bild springt, und Kuppi, der mir jetzt auch aus dem Bild gesprungen ist. Willst du auch noch was ich vorstellen? Kann ich mich hinknien oder was? Warum kann ich mich nicht hinknien? Weil du C drücken musst. Knie vor mir, Baby, Knie vor mir! Oder? Ist ja klein, so oder? Bück dich, Fee! Wunsch ist Wunsch. Genau. Wie komm ich denn schon mal dahin, wo ich hin soll? Schraub ich schon mal nicht? Auf mir rumzuhoben, um mich wegzukriegen! Ist ja ehrlich! Verdienst, Scheiße! Hast du jetzt... Dankeschön, finde ich super! Ach, woher? Ungläubiger! Ah, mit dem musst du reden, okay. Genestown, wie nahe ich verbreiten. Da gibt es eine neue Quest, zwei neue Quests, für Level 27. Wo sind denn die? Sind die auch in New Haven? Ja. Mhm. So, dann würde ich einfach das mal so lassen. Und da weiter machen. Kisten sammeln. Sammelt doch die Kisten, wir müssen eh in New Haven bleiben. Ja, dann macht ihr das. Kommt da weiter rum. Wir sind doch eh schon drei Level drüber. Ja und? Aber hast du ja wohl da ins 2 aufgefahren? Ich hab hier irgendwie... Hab das ja inzwischen durchgespielt. War ich Level 35 und ich krieg in der Quest von Level 27, in dem Quest, immer noch nie hin alleine. Okay. Oh ne, Level 29 war die. Kommt die irgendwie mit, oder? Ne, ne. Aber... Du machst das da alleine? Ne, ich glaub nie. Möchtest du bloß den Container finden? Oder kriegen jetzt böse Gegner raus? Du dumm, wer hätt's vermutet, dass dann kommt, wenn jemand rauskommt. Kommt jemand raus? Meld dich bei Helena Pierce. Ja, jetzt kommt jemand raus. 1 XP. Kommt noch mehr. Knallfahrter Schläger. Genau. Frist oder stirbt. Oh ja. Ehrlich? Dem Sniper immer vor die Flinte laufen. Oh, ich hab mich so dran gewöhnt, dass es alle automatisch Geld aufsammelt. Das ist doch schrecklich. War jetzt so schwer also. Ja, hab ich euch dringend gebraucht. Ich hab euch da ganz dringend gebraucht, hast du doch gesehen. Sonst wär ich neben mir genau... Kann bei dir auch das gut ausrichten, dass er eine Kleinigkeit für dich zu erledigen hat? Also das gute Länge vorbeischauen. Ja, aber ich bin eh gerade auf dem Weg zu Helena Pierce. Das ist auch was Neues. Ist jung. Ja, jetzt kommt's. Hast du es doch angenommen? Jo. Doch sie hat den 27. Das ist ein Jägerklassmort, aber ich glaube, das ist nicht so toll. Taylor Cobb getötet, mit Claptrop gesprochen, äh, das wurde mal das Nee, mach mal hier Müll für die Gerechtigkeit erst mal bitte Danke Eriks Wertsachen, wo müssen wir denn dahin, sind wir hier irgendwo rausbestimmt, oder? Ja, und danke rechts Hätten auch das Auto nehmen können Aber wäre zu einfach gewesen, oder? Ach, Quatsch Den hat's zerfetzt Und der hat nie getroffen Nein Ach, die sind denn 21, vom Brennchen überhaupt weg Das war ein Nahkampf V? V Hattest du mich auf Q gelegt? Meine Einstellungen sind auch weg Deine auch? Ich dachte erst mal, ob die Auflösung stimmt Ich bin mir ziemlich sicher, dass da eine Auflösung nicht so stimmt Bei meiner war auf 640x480 gestellt, was hier scheiße ist Wie konnte man hauen? Zuschlagen? So Wie konnte man zuschlagen, Neo? Hau ist normalerweise das zuschlagen Ja Misty! 9xp. Übertreibs nie. Misty! Guppy hat eine Kiste geöffnet. Guck! Ist so sinnlos... Irgendwie wollten wir doch eigentlich... Was anderes machen? Müll sammeln. Müll sammeln? Du hast schon Müll gesammelt? Gut, ich stell mich mal schnell hier oben hin. Wenn ich hochkomme. Wo müssen wir denn den Müll sammeln? Überall. Wahrscheinlich. Verteilt. Hinter euch rennt viel her. Na gut, hinter mir auch. Wie diese Alienwache totaler Rotz ist. Oh, ich sollte vielleicht euch das Zeug nie wegsammeln. Wäre günstig, oder? Wer? Ja. Wenn ich euch das Zeug nie wegsammel... Ja, wer... wer... find's dich? Achso. Was hast du gesagt? Ja, ist ja ein Ordnungs-Guter-Wir was von mir. I'm too sexy for my shit. Warte, 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 warte. Weil das hier zum Beispiel habe ich auch gerade noch... ...huh... Ne, das wollte ich nicht. Das wollte ich behalten. Warte, 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 warte. ...ne, das war's für heute. Warte, warte, warte. So, kucke ich mal schnell. So, ich war level 3. Brandgeschwarr level 2, habe ich halt das bekommen. Äh, wo müssen die... Audio-Video. Oh, ist ja okay. ich kann gerade neben grafikeinstellung gucken ist es doch option audio video ja da ist nämlich auch die auflösung drin wo sollen wir denn hier hin da hoch ist das richtig also in was habe ich gerade eingesammelt auch ja ist ja in ordnung scheiß claptrap ja ich muss alles noch mal ändern ich auch komisch dass das alles weg ist bei uns allen drei wie gesagt ich bin mir ziemlich sicher dass das und wenn das update aber auch kein windows update in der zurzeit gab ich also ich habe die letzte woche oder die letzten zwei wochen glaube in das update so tastenzuweisung das war eine auflösung 600 x 408 oder so ist glaube ich nicht so pralle genau habe ich blöd nach ja endlich dass sie doch viel besser so kommt sonst sieht es aus wie ein von meinen videos was du spielst so ungefähr ja die waffe die es hat total comic mäßig aus das ist ja absichtlich der jahre aber nicht so krass schick sie vom kürt kürt schmutzige Zeitschrift die sind ja echt überall verteilt Love Forest und bei Borderlands 2 laufen wir irgendwie doch schneller hab ich zumindest den Eindruck Lalalalalala Junge, komm runter So böse, so tot HUT Ist er um mir fallen Ich bin ja schon auf dem Weg Äh, die Faf ist scheiße, ich nehme die Kalt Hast du gerade eine neue aufgenommen, oder was? WUH! Was wollt ihr denn alle von mir? Irgendwie... Platz im Kraterkopf Hier ist wieder eine Combat Driven mit 77 Schaden In die blöde Kiste diesmal Habst du schon Da oben Natürlich müssen wir wieder ans ganz andere Ende Natürlich Die Markierungen sind so geil gesetzt, ne? Ich will nicht so, da ist schon du lang Ich hab grad den Vergegner erledigt Na, das ist schön Hm Die der Marco aufgescheucht hat, die hab ich erledigt Ich glaub ich bin auch näher an der Markierung, oder? So, ich hab mal echt solchen Durchmacher erwischt Wo wir nochmal hierher gelaufen haben Ach, F*** Dich Neee Nicht solche Kraftausdrücke Doch, dieses Drecksvieh von Clapstrap, ey In 5 Minuten 5 Ansagen Ist gut, du hattest die Kleinigkeit, die du wieder erledigen solltest Echt? Bei mir kann die bisschen nur einmal Ich hab die bestimmtes 3 oder viel mehr heineinander gehört Gewollt Schön Kannst du jetzt zum Dreckscooter, da mich ein Mist nicht mehr hören muss Wer hätte doch das Auto nehmen sollen, da geht es nämlich deutlich schneller Bumm Mega-Explosion Das hat übrigens auch nicht mehr, dass der Stromschaden so eine riesige Explosion macht Und so laut ist Wenn ich was für dich tun Eriks Wertsachen abliefern Wo ist denn der V-Aus-Punkte? So Also ist genau Treacher's Landing und noch zwei 27er Missionen. Da waren wir doch vorhin schon, äh letztes Mal schon mal Treacher's Landing, vorhin sag ich schon. Schnell nehmt, was ihr noch braucht. Nehmt, was ihr noch braucht, nehmt, was ihr noch braucht. Danke. Ohl, danke, dass ich jetzt nicht so weit latschen musste. Ich bin doch gerade der Einzige gewesen, der's gelatscht ist. Den ganzen Quatsch. Hätte Schnellreise gemacht. Kann man denn da hin Schnellreisen? Kratz, 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 kratz. Sonst geht's dir gut mit Kratz, 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 oder? Ja, vor allen Dingen auch in der Aufnahme. Ich will gar nicht wissen, wo du gekratzt hast. An meinem Rücken. Da wo ist jetzt nämlich immer noch Kratz. Hey, ich hab auch auf Generieren geklickt. Ja, ganz nach unten. Viel Spaß. Einmal außenrum, bitte. Kann man da außenrum fahren? Ja, ja. Immer die Hauptstraße lang? Ne, noch weiter außenrum. Top. Ich hab genau, nehm ihn mit, nehm ihn mit. Danke, dass du mich grad hier aussteigen lasst, find ich echt wunderbar. Wieso steigst denn du aus? Ich bin ausgestiegen, weil, oder, es hat mich aussteigen lassen. Aber wir können wieder nix. Ich bin haufen Rax. Wieso ist denn der Trum da oben wieder aktiv? Der ist immer aktiv, wenn du wieder dahin kommst. Und der ist hier schön gerade durch. Ich bin fast kurz vorm Sterben. Hä? Du hast volles Leben? Du hast volles Leben und volles Schild, wo bist denn du kurz vorm Sterben? Mein Auto. Ja, das ist ja egal, wir machen eh wieder eine Reise, also von daher kommst du eh mit. Ich hab so geparkt wie ihr, ist das okay? Sieht geil aus hier. Sie überholst mich gleich. Weil du irgendwie grad zurückgedeckt bist. Warum sind die Rax immer noch damit her gewesen? Weil die lange lange hinterher fliegen. Fliegen ist relativ schnell, wirst du? Ihr habt mich auf die Seite gehauen, dann ist mein Fahrzeug umgekippt, ich bin rausgeworfen worden, auf einmal hatte ich Rax und diese Spinnentücher. Du bist in uns reingefahren. Ja, ihr seid in mich reingefahren, so sieht's aus. Ne, 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 da müssen wir jetzt mal das Straßenverkehrsachen fragen. Da drehen wir ja nicht die Tatsachen. Junge. Oh, hier gibt's wieder ordentlich XP. Demnach sollte es ja eigentlich auch wieder gute Items geben. Na. Ding, 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 ding. Das ist meine Oriente. Snipermantle hätte sich eigentlich hier hochstellen können, ne? Snipermantle hochstellen? Hier hinten, wo ich stehe. Da kommt was. Das ist ja auch Quatsch, sich hier hinten hinterstellen. Übrigens, der Bohlenz II ist auch ein Raketenwerfer, der 16.000 Schaden macht. Nicht schlecht. Ich hab bloß irgendwie mit Schild und Lebensangerechnet ungefähr 7.000. Weil ich es selber aushalte. Von daher ist das schon ziemlich heftig, ich kann mich selber dreimal killen mit dem Ding. Entsprechend, wenn ich vor mir auf den Boden schieße, sterbe ich. Ey, was sollten wir hier noch machen? Wir sollen noch irgendwas hier machen. Fische, Fische. Ach, das ist super. Das kannst du eigentlich weglassen, weil das einfach an allen Angeln immer aktivieren hier. Oder? Ist das da? Dachte ich zumindest. War halt auch keine gesehen. Okay. Äh, komisch. Also eigentlich... Ja, stirb. Eigentlich sind hier angeln und ich dachte, die kann man aktivieren. Aber anscheinend doch nie. Dann... Lauf mal einfach hier durch. Äh, warte mal. Ich weiß nicht vielleicht, wie die... Bei mir ist hier irgendwas grünes dargestellt. Aber ich kann es nie aktivieren. Was ist da? Und was ist da? Ich hab's nicht auf und gibt's noch nicht auf und auch nicht auf und neben dem Geld gewonnen. Ich hab's nicht gehalten. Und ich hab's nicht gehalten? Aber markiert ist es doch auch, ne? Irgendwie ist es an der Stelle verbuggt gerade, müssen wir vielleicht noch mal hingehen Wo sind die Angeln? Ne, hier stehen doch auch am Angeln, aber ich verstehe nie, warum die halt nie aktivierbar sind Wird er wieder zur Seite gestellt? Da von nach hinten kommen sie jetzt hoch Ja, leck mich am Arsch SMG Ach, wie schön, ich hab mein Leben regeneriert Oh, was blaues Schock-Annäherungsmine will jemand haben Äh, wartet doch mal, ich hab ja gerade ein oder andere Probleme Warum läufst du noch immer sonst wohin? Guck doch mal, wo die anderen lang laufen Sonst wohin? Ihr seid vorgelaufen hinter uns Karnhaufen, Leute Irgendjemand muss ja euren Rücken abdecken Außerdem hab ich einen tollen Fisch gefunden Was ist denn hier explodiert? Keine Ahnung Hat er, ich muss im Video nochmal gucken, was hier jetzt Also ich hab, hab hier gerade die Fische aufgenommen? Nee Kannst du? Ich hab einen Fisch aufgenommen und hier hinten noch welche Ja, hier sind noch mehr Die konnte ich gerade nie aufnehmen Vermute mal Vielleicht müssen wir ja erst alle Gegner in der Nähe umbringen Hier sind es noch Fische plötzlich Vielleicht müssen wir einfach ins Wasser schießen Komisch Oder dislekt Komisch Darf ich mal selbst versuche? Ich hab nämlich gerade ins Wasser geschossen Und zack waren die Fische da Hier Zack Fische sind da Schießt ins Wasser Ach Mist Loll Wir sind wieder Wer hat's ja geaktiviert Naja warte mal, die hat jetzt ihren grünen Punkt verloren Bei der hier drüben müsste noch was gehen Aber ich hab hier drüben müsste noch was gehen Ich glaube da hast du dann auch getaucht Aber ich hab auch keinen grünen Punkt Na der Na hier an Direkt 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 Ich hatte da auch keinen grünen Punkt Ich hatte auch vorher kein Leuchten Der leuchtet jetzt nicht mehr Also nichts mehr Gar nichts zu sehen Aber die Angel siehst du Wäre die Angel ja aber nicht dass die irgendwie leuchtet Aber ich weiß ja wie sonst die Quest Sachen leuchten bei Waterlands Und? Die haben halt so einen grünen Schimmer Ja Irgendwie fließt ein bisschen viel auf mich hab ich das Gefühl Ziel getroffen Tausender SMG Tausender SMG Es geht schon besser SMG hast du aufgenommen oder? Nee Ich War ein weißes SMG Eben Ok Links Hast ein Geschütz 2 schrotflinten unter anderem blaue hier oben und der blau ist passiert oder er kann es nehmen ich habe oder die ist ja ordentlich also die wird dann meins zum beispiel aufwerten und die untere grüne an der wirst du nicht interessiert nehmt ruhig also wenn du in den blauen ist 11.000 wert leute nehmt doch einfach irgendjemand die und schießt damit die gegner kaputt so nimm die andere der 60 prozent genau ich keine muss nicht so nah ran die kopie alles offsaugt die kopie alles offsaugt aufladen ja oder wie die granaten ich habe gerade haufen granaten geschmissen ja und kopie hat alles aufgesorgt davon kann eine granate fallen lassen ja macht er immer wenn der granate raus gezogen hat ich habe ihn verbrannt oben 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 und complex hier oder lieb s dasowa wenn man keine Deckung hat. Ja, wenn du gar keine hast, ja. Ah... Ich bin bekloppt, ey. Ja, heilst du auch mal fertig. Anstatt immer zwischendurch zu schießen. Ach, ehrlich? Also... Hast du mal angefangen zu heilen, dann hast du es bleiben lassen. Weil man kann nicht schießen nebenbei? Nee, man kann nie schießen nebenbei, das unterbrichts jedes Mal. Noch ein Stück und du stehst direkt in mir. Ja, ganz toll. Bin doch so leid gegangen. Bin nach rechts gegangen, logischerweise. Die ganze Zeit hast du grad vor mir gestanden. Ja, tut mir leid, das ist ein Raketenwerfer. Hier sind Medi-Kids. Das ist ein... Raketenwerfer. Lagen weiße Raketenwerfer rum. Ach ja. Aber ich vermute mir, die weißen interessiert eh keine Sau. Ja, stimmt. Außer du hast den, der irgendwie 10 Liter unter dir ist. Dann guckst du vielleicht auch mal nach weißen. Aua! Da ist ein blaues, das ist ein G gedroppt. Habe ich genau gesehen. Doll. Irgendwie locket... So kann was falsch auskommen. Ha, übelst viel Schaden. Das ist ein G? Aber ziemlich langsam. Ja... Ja... Hier... Von links. Boah. Man, 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 man. Mehr Iridium, bitte. Ach das, die müssen wir jetzt versenken. Boah. Oh ja, nie so schwierig. Nee, wenn hinten ein Benzintank drauf ist, schaue ich das auch. Wie, ich halt immer von euch zur Seite geschoben werde, wenn ich irgendwo hin will. Jedes verkackte Mal. Ist denn nicht der erste, der das hoch will? Superlust Riffle und ne Substandard SMG. Ich muss nicht schaff hier reinzukommen. Alles weise. Ja, interessiert, wie gesagt, ich glaube ich... Ach, Sau, meine Fresse. Irgendwie will es gerade nicht so, wie ich will. Sag mal, gut, bist du rausgetappt oder was? Nee. Das ruckelt gerade so doll wieder. Ich bin zuerst da. Sieht euch. Wie bist du überhaupt da hochgekommen? Frage ich mich auch gerade. Da, links, neben mir? Das ist doch nicht so schwierig, hier auf den Container zu springen, links neben mir. Da, unten, da. Ja, ich sehe es doch. Mir liegt eh bloß noch ein grünes Battle Rifle mit 53 Schaden. Oh Gott, nein. Was, willst du die haben? Nee. Aber hier war doch letztens, wo die Lila Zeug drin gefunden haben, die Kiste da hinten. Die kann man ja wieder mitnehmen. Schade, eine leere Kiste. Missionskiste. Da, eine leere Kiste. Das war's. Das war's für heute. W satisfaktion. Ich weiß nicht, dass du so, was das ist wie leere Kiste, was erinnert. Du so, was du so, was mit meinen Tag. Vielen Dank.